Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dishonored. Wir wollen von diesen Anwesen runter. Da ist das Boot da müssen wehden und ja, wir versuchen unser Glück. Er sagt uns jetzt schönen Abend noch. Drinnen ist die Party, genau. Drinnen, ja ich weiß, danke. Wir gehen hier erstmal nach raus. Wir wollen ja erstmal nicht mehr mit Party machen, wir wollen ja nach draußen, aber hier ist überall zu. Na super. Irgendwie muss ich jetzt wieder zum Boot zurückkommen. Ich weiß noch nicht wie. Schlüssel zum Wachquartier erforderlich. Was soll ich den denn hernehmen? Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Ich habe vor euch Schlüssel zum Wachquartier, zum Beispiel der da, mit hier in den Klau. Meinst du, das merkt er? Hör damit auf, wenn du deine Zähne behalten willst. Okay, ich hör auf. Tut mir leid. So. Hat er nicht gesehen. Sagen wir mal hier auf. Hallo. Lecker. Das nehme ich erstmal mit. Hier komme ich bestimmt wieder raus, aber wir nehmen jetzt mal noch ein bisschen Zeug mit hier, was man noch so finden kann. Drei Leute scheinen hier zu schlafen. Da ist noch ein Schlüssel. Oh, den nehmen wir auch noch mit. Schlüssel zum Wachquartier. Habe ich nicht schon einen. Ist das Bild nichts wert? Kann ich das nicht mitnehmen? Verdammt. Das hat mehr Geld, Geld, Geld. Okay. Ist sehr gut aus, wenn ich jetzt hier rüber hüpfe. So, wo sind wir hier? Man weiß es nicht. Na, 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 na. Alles mitnehmen, was wie Geld aussieht. Komme ich da dran? Nein, doch, doch. Was ist das hier? Knochenfragman. Das können wir ja mal vielleicht benutzen. Agropa, du kannst etwas schneller klettern. Ja, dann rüste das doch mal aus. Hm. Kann er nicht? Ich habe keine Ahnung. Ah, ich kann nur drei von drei. Okay. Na, dann lassen wir es halt. Hallo, ich muss hier drücken. So, gehen wir mal weiter. Das Boot ist ja nicht mehr so weit weg. Wir sind ja schon da dran. Drücken wir schon mal wieder F5. Das ist immer gut. Das ist immer zwischendurch mal machen. Zugeklebt. So, aber wir hatten noch gerade. Kommen wir hier nirgendsworaus. Hier ist abgeschlossen. Gut. Dann müssen wir wohl hier runter. Und das haben wir gut getroffen. Ach, hier daraus laufen wir die großen Viecher rum. Oh. Wir sind doch irgendwie auf der falschen Seite. Wir müssen irgendwie da rüberkommen. Ach, Ratten, 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 Ratten. Gebt mir. Gebt mir weg, ihr Ratten. Was ist mit Samuel? Was ist mit dem? Nein. Warum? Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Abend, Sir. Hatte ich. Aber wir sollten jetzt zurück. Ja. Ja. Deswegen bin ich hier. Los, weg hier. Hat doch geklappt. Ja. Wieder eine Mission fertig. Perfekt. So, wir haben ja schon viel Geld gesammelt. Mein Gott. Jetzt können wir uns ein paar Sachen kaufen. Das ist sehr gut. Das kann man sehr gut gebrauchen. So. Erzähl uns mal wieder was. Wollte auch nicht. Dort Pendleton wollte uns hier treffen. Ich schaue mal im Weinkeller. Vielleicht vertreibt er sich dort seine Sorgen. Fällt mir so auch nur einen Schub trinken. Wann war ich? Trunke, ne? Trinke, meine ich natürlich. So. Dort Pendleton ist hier. Vielleicht wurde der auch entführt. Er weiß ja schon. Erstmal was gab. Nehmen genau. So ist es richtig. So, was müssen wir machen? Without Lady Balls, Financial Support. Was willst du von mir? Ich spiele das Spiel auf Deutsch und nicht auf Englisch. Da, eine Frechheit. Eine Frechheit. Sprich, wir dort Pendleton. Okay. Lalalala. Moment, wenn ich schon mal hier bin, kann ich nicht mehr gerade. Wo ist denn der? Na, Piero ist aber nicht da. Ich hoffe, sie haben die Gastfreundschaft der Balls genossen. Ja, ja. Ich bin nicht so alles. Ja. 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 Ich auch nicht. Ja. Bitte. Danke Ihnen. Bitte. Bitte. Ja, gib mal her. Was auch immer du für mich hast. Bitte. Das stimmt. Klau-Fragment oder sowas. Eine lange Nacht vorwohnung. Oder eine Rune. Aber sie ist nicht vorbei. Heflok und Martin haben auch schon ein weiteres Projekt für Sie. Oh, nee. Und würden Sie gerne sehen? In Hefloks Quartier über der Bar. Alles klar. Ah, eine Rune. Sehr, sehr gut. Können wir ein paar Kräfte wieder erwerben. Was haben wir denn? Kosten. Ich habe schon mal wieder drei Stück. Yeah. Was ist denn, wenn wir das verbessern? Was passiert denn dann? Schnelle Vorwärtsbewegung über längere Distanz. Perfekt. So. Das benutzen wir eh am meisten. Komisch. Keine Leiter auf das Beul-Anwesen. Ach, da oben ist er irgendwo. Ist das diese Etage? Hallo. Hallo. So, also mit einer Besprechung. Alles, was wir getan haben, alles, was Sie getan haben, führte uns letztendlich zu diesem Moment. Der Lord Regent ist losgestellt, Corvo. Verwundbar. Und alles ist bereit, um ihn anzugreifen. Sehr gut. Da ist doch nicht immer wieder ein Bildrücken. Ein Mann, ein schlagendes Herz. Das ist alles, was von den Mächten übrig ist, die die Stadt an den Rand des Untergangs brachten. Okay. Es ist einfach. Aber bei weitem nicht leicht. Die Paranoia des Lord Regenten ist so groß wie nie zuvor. Er hat die Unterstützung der Aufseher, des Parlaments und seiner Geldgeber verloren. Und auch Sokolov, der seine Sicherheitstechnologien entwickelt hat. Jetzt hat er im Dunwall Tower jeden noch verbliebenen, loyalen Mann versammelt. Okay. Er weiß, dass etwas auf ihn zukommt. Er weiß, dass Sie es sind. Alles hängt davon ab, dass er recht hat. Piero hilft Ihnen bei den Vorbereitungen. Dann bringt Samuel Sie dicht an den Tower an das Wasserschloss. Alles klar. Als Sie das letzte Mal dort waren, war der schreckliche Tag, an dem alles begann. Nun gehen Sie dorthin, um alles zu beenden. Viel Glück, Corvo. Danke. Ich weiß nicht, was wir sonst noch sagen könnten. Außer, dass unsere Hoffnungen mit Ihnen gehen. Okay. Ja. Entschuldigung. Ich musste einmal ganz deutlich und lange gähnen. Ich hoffe, wir trinken eher weniger. So, hallo. Hm, sexy. Einst habe ich mich bei den Brimsleets eingeschlichen. Eine sehr merkwürdige Feier. Ja. War das bei dem anderen auch. So, hier wieder raus. Piero. Ich soll nicht etwas für Sie konstruieren. Ach, du kannst mir aber immer verkaufen. Fast alles. Gut. Ich möchte etwas kaufen. Kabelwerkzeug erlaubt, ist dir, Schaltkreise zu verändern und Sicherheitssysteme nach deinen Wünschen zu manipulieren. Mit beim Einsatz verbraucht. Okay. Ne, was wir brauchen, sind ein paar Betäubungspfeile. Wir nehmen noch die normalen Bolzen mit. Wir nehmen, ähm... Achso. Füllen wir mal auf. So. Dann nehmen wir noch ein paar Kugeln mit. Das haben wir eh schon voll. Dann nehmen wir noch ein paar Mana-Trinke. Da haben wir noch so viele von. Cool. Komm, einfach auffüllen hier. Acht und neun, das muss reichen. Jo, dann haben wir hier genug, ne? Dann können wir jetzt hier einfach beenden machen. So. Selbjörl. Dann farm ich mal. Bereit den Lautregenten zu treffen? Ja. Es wird Zeit, dass wir uns um ihn kümmern. Oh ja. Das wird echt höchste Zeit. Ich denke, es wird dann die letzte Mission sein, könnte ich mir vorstellen. Wenn wir jetzt schon den Lautregenten umbringen sollen. Aber das sehen wir dann alles. So, weiter mit fliebiger Taste. Da wären wir, Corporal. Ihre letzten Erinnerungen an den Dunwall Tower dürften keine guten sein. Ne, das war nicht so toll. Vielleicht machen Sie jetzt wett, was damals passiert ist. Das versuche ich doch. Vom Wasserschloss aus wird es eine kleine Kletterpartie. Das ist kein Problem. Das Wichtigste ist, den Lautregenten zu töten. Okay. Er hat sich da etwas auf dem Dach gebaut. Nennt es einen Schutzraum oder so. Verrückt, wenn Sie mich fragen. Naja, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Wenn ich Ihnen schon die große Führung gebe. Hier befindet sich die Sendezentrale, aus der die ganzen Bekanntmachungen kommen. Könnte interessant sein. Bereit? Jo. Wenn wir uns wiedersehen, wird der Lautregent tot sein. Da hoffst du. Und wir nicht. War es eine Ehre, mit Ihnen zu dienen. Okay. So, dann steigen wir mal aus. Und drücken mal schnell F5, damit es gespeichert wird. So. Also wir müssen erstmal hier hochklettern, dass wir das mal lustig hören. So. Was soll ich denn machen hier? Die Sendezentrale befindet sich ebenfalls in Tower. Eine gute Gelegenheit, die Propagandamaschine des Lautregenten abzuschalten. Ja, ja. So, was haben wir denn da? Dunwell Tower. Schön grün hier. Kletterpartie, sagt er. Sieht ja aus, dass ich das unmöglich da hochzukommen. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte sagen, wenn ich da hinten irgendwo hinspringe, dann rutscht ich sowieso hier irgendwo wieder runter. Höher geht wohl nicht. Okay. Wie kommen wir denn da rein? Nee, so geht das nicht. So geht das nicht. Na, hier habe ich ja angefangen. Tja, Blödsinn alles. Irgendwie muss man da hochkommen. Wir laufen einfach mal wieder zurück. Also hin. Also irgendwie ist es schon. Nicht zum Boot, sondern zu unserem Auftrag. Und theoretisch sieht es aus, wie ist man hier hoch. Aber da kann man gar nicht hinporten, okay. Nee, da komme ich nicht durch. Da bleibt ja ich nur noch hier einfach durchs Wasser. Und dann schreifen wir uns wahrscheinlich gleich die Fische an. Die kennen wir ja auch schon. Aber gut, das sehen wir ja dann gleich. Ja, da kann ich nicht weiterschwimmen, okay. Ich kann eigentlich nur über diesen Vakun da, aber ich weiß nicht, wie ich auf diesen Vakun kommen soll. Schwimmen jetzt mal wieder in die Nähe davon. Das muss doch irgendwie klappen. Wie macht man das denn? Ich komme jetzt hier an Land. Hallo, wieso kann ich da jetzt nicht hochkommen? Ich komme mal hierher. So, und jetzt? Da hoch kommst du denn nicht. Das ist zu viel zu hoch. Viel, viel zu hoch. Da kann ich hoch. Aber dann müssen wir das gar nichts. Da hoch kommst du denn nicht. Da hoch kommst du denn nicht hoch? so einfach komm lauf mal hallo das geht ja gar nicht so aber er setzt mich ja eindeutig hier ab soll er hier weiteres machen na hier ist der weg hoch ein bisschen schwimmen vielleicht finden wir noch einen anderen weg zur anderen seite jetzt sieht es genau so beschissen aus das ist genau das gleiche also sieht schade aus aber es ist im prinzip kann man da hoch gleich kommt man nirgendswohau verdammt naja ich schon ein bisschen das wasser macht überhaupt nicht so muss hier oben hier ich muss ja irgendwie klettern und dann irgendwo hin aber kann die einfach hier durchschwimmen müssen dann lalala 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 so da kommt auch nicht nach oben ne weil das ja gerade oben ist und wir unten sind versteht ihr nicht auch egal so jetzt kann ich irgendwo rauf so und dann da rein wieder nicht da rein da auf die röhre die röhre jetzt können wir auch da hinspringen gut drücken wir mal 5 5 und dann würde ich sogar noch mehr speichern und sagen dass es für diesmal das schon wieder war und daran dass ich jetzt richtig speichern merkt dass ich auch eine aufnahmepause mache ich bin total müde es ist schon spät wir sehen uns einfach in der nächsten aufnahme von dissonert oder einen anderen spiel bis dahin tschüss tschüss tschüss